ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von let's play skyrim und in der letzten folge haben wir gelernt jetzt sind wir stärker geworden und ich würde sagen ja wir machen das trostlose fels im tatsen waren einer akadäverne traf ich den alten arazianischen apothekarius balhissel erzählt mir von seinem großvater einen angesehenen apothekarius der im aufdruck einer arke nobeldame in einer festung im heutigen flüsterwald einer art allheilmittel geworst hat bevor dieses verpestet wurde weil befürchtet dass die plage anders als man derzeit einem keine naturkatastrophe war sondern ein fehlgeschlagenes experiment jeder apothekare zu denen auch sein großvater gehörte er will dass sich die alte festung hinweisen die die antwort auf diese frage bringen können durchsuchen das werden wir auch machen auch wenn das weit weg ist ich kann aber hier in reisen die schnellreise geht ja und ich finde das so viel besser mit einer schnellreise sage ich einfach mal jetzt gerade darf man überstreiten ich bin der freund der schnellreise es ist zwar klar es ist vom lohr freundlich her schön wenn ich immer laufen muss und so aber irgendwann so ab dem zehnten mal denke ich mir auch um das kenne ich ja jetzt schon so langsam so jetzt ist die frage jetzt bin ich hier aber ein ich kann auch auf dem stuhl kann ich doch rasten ich brauche ein bett um zu rasten wunderbar zwar vor dort vier wo man es auf dem stuhl konnte stimmt so muss ich also hier einmal der küste quasi entlang denke ich schon unsere ausdauer ist halt auch echt nicht so hoch hier sind die schönen strömungen in so einem fjord oder nah hier kenne ich ich kenne das hauptsächlich unter einem anderen begriff wie heißt es denn ich kann mich auf den begriff einzenteile braucht kein mensch wieder mal eine title glaube ich in englisch es ist so dunkel ich will es in hell haben aber es ist eine eispranke habe ich mich erschrocken habe ich mich erschrocken so eispranke eispranke die man überall hier findet das finde ich echt gut gemacht mit den eispranke dass man dafür wirklich du hast den anreiz wirklich in dieser welt ja zu erkunden und du wirst nicht übertrieben belohnt aber du wirst finde ich also das ist das perfekte verhältnis wie man blut wird mit so einem tragepunkt mehr ich will mal wirklich wissen ob jetzt die kämpfe die kämpfe dadurch dass ich jetzt so viel stärker bin beziehungsweise ob ich wirklich so viel stärker bin durch die kämpfe das würde ich halt mal wirklich wissen ich war hier doch schon mal oder ne scheinbar nicht also bisher one hits kann man machen ist okay weil ich kam ja halt irgendwie die ganze zeit in diesem spiel halt so schwach vor aber klar wenn ich vorher nicht die erinnerung geskillt habe wie es erst in der letzten folge der fall war klar zwei handkampf lehrlings buch ich bin schon zu gut geschult schade dann hätte ich mir das eine sparen können letzte folge aber gut das könnte ich ja nicht vorher wissen so theoretisch schon aber na und seht ihr dass diese mana regeneration während ich mit zwei entkämpfe alter das ist halt das geilste was ich in der letzten folge gelernt habe oder mich daran erinnert habe wie auch immer ich das nennen will so weil endlich nicht mehr mit den ganzen heiltränken meine mein ganzes akkanisten fieber zum übertreiben bringen und hier ist ein magisches symbol ein käse stück ist ja auch ein eisenbauer und das bringt alles nicht eine truhe schade ich habe hier ein diadem ein zauberbuch mit einem trank den ich zwar schon habe aber okay also ich bin schon wirklich stärker das merkt man so auf anhieb so aber ich bin hier immer noch nicht da wo ich hin will oder auch wenn das schiff natürlich nicht uninteressant war aber wir müssen uns an einen anderen ort wehren fragen ist wie komme ich jetzt hier hoch ich würde echt gerne wissen ob die die wirklich alle per hand aber wo der scheint stark zu sein und jetzt okay na ein stark schwert naja gut noch ein ab was bist du die sind stark aber verursachen kein schaden an mir wobei sie dann doch stark als die reine generation das aber auch nicht schlecht ich würde gerne wissen ob die prozent oder punkte basiert das prozent wäre natürlich besser klar und rein da aber auch wirklich nur während des kampfes oder regenerieren glaube ich anscheinend weil es jetzt nicht so schlimm das ist schon vollkommen ausreichend dann kann ich so little kämpfe halt zum ich sage mal halb nutzen psionic kann ich eigentlich auch machen das nutze ich natürlich noch nicht bücher wo waren die da so viele zaubern ich werde sie aber alle nutzen wahrscheinlich weil ich mag dieses system mit dem arkanisten fieber nicht als ist nicht schlecht ich werde nicht so kritisieren dass man es nicht drin haben sollte ja aber ach jetzt ist der troll da natürlich ich sollte ich das dann wirklich weg machen so im verlassen haus das ist ich ich suche korb ich kämpfe ja halt noch nicht wirklich aktiv aber die schlechter von arg es musste ungefähr kapitel 4 es musste ungefähr zwei uhr nachts gewesen sein als ich meinen plan in die tat umsetzte das stimmengewehr von unten hatte bereits um mitternacht herum begonnen aufzuflauen aber ich wollte keine unnötigen risiken eingehen vorsichtig trat sich vor meiner zimmertür und lugte in den gang an dessen ende eine holztreffe nach unten in den schanksaal führte zog mein kopf sehr jedoch rasch wieder zurück als sich dumpfe schwere schritte die treffe hierauf poltern hörte ich schloss die tür hinter mir und lauschte eine frau und ein mann alle beide der unregelmäßigkeit ihrer schritte nach zu urteilen zumindest angetrunken konnte es sich bei dem mann um einen der primitivlinge handeln nein seine stimme klang zu hell zu sanft zu müde ich wartete bis die beiden die meine tür passiert hatten und die ihre ins schloss gefallen war dann schlüpfte ich rasch in den gang zurück diesmal war er leer leisen fußes schlich ich bis zum kopf der treppe und lugte in den schanksaal hinunter nichts selbst die schanken mart und der wird schienen sich schon schlafen gelegt zu haben und legtäglich der charakteristische geruch nach fett alkohol und schweiß zeugten auch von den trinkfreudigen gästen die noch bis wenige vor wenigen stunden der weltlichen gelüste gefühlt hatten zufrieden nickte ich wie um mich selbst zu bestätigen und kehrte in mein zimmer zurück ein leerer schanksaal bedeutete dass ich bis auf einen wachposten vielleicht ein bulliger farmers sohn der sich ein paar groschen dazu verdienen wollte auch außerhalb travern mauern niemand befinden würde sorgsam überprüfte ich die utensilien die ich für meine rache zurecht gelegt hatte und band mir die den sie behalten halten den lederbeutel um meine hüfte anschließend zog ich mir die kapuze meiner vagabunden kluft tief ins gesicht und beglückwünschte mich zu ein zweites mal zu ihrem kauf das fenster ließ mich mühe und geräuschlos öffnen ich klappte die beiden fenster lehnen die das zimmer vor der kälte der nacht schützen sollten nach außen nur ein kleines knarzen dann lukte ich die lange wand hinunter ein gefühl der genugtuung erfüllte mich zwar mochte ich nicht so muskulös und stark wie die primitivlinge sein aber dafür war ich wendig und agil meine hände waren schlank und schlank wie perfekt für mein form geeignet vorsichtig stege ich aus dem fenster hinaus trotz des eisigen windes erfüllte mich eine meine neu gewonnen entschlossenheit mit meiner wohligen ja bei einer pochenden wärme es war als bezog ich aus dem flauen gefühl in mir nun sogar kraft es ich war auf einen abschätzenden blick hinunter ich hatte doppelt glück erstens weil der alte wird mich im ersten und nicht im zweiten stockwerk einquartiert hatte und zweitens weil sich nur ein paar fuß unter mir das dach eines kleinen vorbaus befand der dem einsamen wachposten vermutlich schutz vor regen spenden sollte ich ließ mich der länge nach hinab erneut war mir das glück holt nur ein paar finger breit trennten meine spitzen nun auch von dem dach unter mir ich atmete tief durch und löste den griff meiner hände vom fenster sims ein dumpfer aufprall folgte hörbar aber nicht laut genug um als verdächtig wahrgenommen zu werden zu können jetzt musste ich schnell sein jede sekunde die ich hier draußen verbrachte konnte eine sekunde seine der jemand auf mich aufsäcken er wirksam werden konnte leisens schrittes überquerte ich den kleinen vorbau und ließ mich am rand hinunter ein windstoß brachte in den sauben meiner vagabunden gewandung zum flattern so als ob sich die natur entschlossen hätte die scenerie passend zu untermalen der stall in dem die beiden primitivlinge ihre pferde untergebracht hatten befand sich nun unmittelbar vor mir es war ein unscheinbarer anbau der taverne die in perfekter stelle im blau der nacht lag als ich mich näherte vernahm ich schwere schweren pferde atem huchschaben und das knistern von heu vorsichtig zog ich am eisengriff der tür sie ließ sich problemlos öffnen ihr mögt euch an dieser stelle nun fragen warum eine offene stalltür in einer ländlichen taverne bei mir klein keinen argwohn hervorgerufen hat und die frage ist berechtigt jedoch war ich zu eingenommen von der lodernden entschlossenheit die mein wagen mutiger racheplan in mir vorher vorgerufen hatte also schlich ich hinein nur fünf pferde befanden sich im stall von denen zwei schliefen ein grauer gaul der sich in einem stallabteil gleich neben der tür befand begutachtete mich mit meinen eintreten mit einem gesichtsausdruck der sich am besten als skepsis beschreiben ließ mit mir sich dann aber wieder dem kauen seines heus es war kein schweres die beiden röster meiner peiniger durch rasche blicke in die einzelnen stallkammer zu finden nacht schwarz und muskulös wie sie waren sie befanden sich am äußersten ende des pferdetrakts in einer von einer morschen holztür abgeriegelten stallkammer nun war der moment gekommen vorsichtig ging ich vor der kammer des ersten rostes in die knie den futtertrog des tieres in reichweite ich konnte mich eines gefühls neides nicht erwehren als ich das prächtige tier aus der nähe begutachtete es handelte sich um einen skaragschen felsenhengst das konnte selbst ein laie wie ich erkennen für einen momental hatte ich mit mir wer waren diese männer dass sie sich derart edle pferde verleisten konnten und was würde mir blühen wenn sie irgendwie doch davonwind bekam dass ich hinter dem was sie am nächsten morgen vorfinden würden steckte vielleicht ist all das ja das erste mal in meinem leben dass du mut beweist die beiden mistkerle haben eine lektion in sachen demut verdient natürlich die stimme in mir hatte recht ich hatte recht jetzt zu drucksen wäre eine feigheit mit der schande ich nicht leben wollte oh ja die beiden hatten eine ordentliche lektion in sachen demut verdient und die würde ich ihnen geben meine finger glitten in den lederbeutel an meiner hüfte ertasteten das kleine fläschchen und zogen es hervor scherkappen staub die namensgebenden pilze wuchsen bevorzugt in spärlichen begrünten steinigen landschaften und die klippe auf der sich nebelheim befand war genau eine solche gegend der einsatz dieser pilze war eines der ersten dinge gewesen die mich marta pülea in meiner zeit als dörflicher novize gelehrt hatte vermischte man den trockenen puder mit flüsterbäum harz ergab sich eine klebrige masse die auf einer wunde verteilt den vorheilvorgang um ein vielfaches beschleunigte da flüsterbäume in fast jeder gegend im ende reiz außer in dem ödlern tal guards den nordwind bergen und der pulverwüste wuchsen erfahrt es sich also stets ein fläschchen mit konzentrierten scherkappen staub auf längeren reisen mitzunehmen kenntnis über das richtige mischverhältnis vorausgesetzt wurde dieses kleine fläschchen einen schutz vor allerlei körperlichen leiden und gebrechen vor allem wundentzündungen allerdings hatte der staub der kappe nach einem weiteren effekt und den das gemeine völk nicht wusste gelangte er in einer zu hohen konzentration in den magen eines oder einer unglückseligen löste er etwas auf aus was sich am besten als wutkaskade bezeichnen lässt das behauptete nichts weniger als dass das empfinden sämtlicher eher unerfreulichen gefühle wie trauer hass und zorn um ein vielfaches verstärkt wurde ein je zorniger mann verlöre unter dem einfluss des pilzes beispielsweise viel schneller die kontrolle als er es ohnehin schon tat eine trübsinnige herzensgebrochene frau hingegen empfinde unter seinem leid ihr leid über kurz und lang als derart unerträglich dass sie einen totalen zusammenbruch erleiden würde heutzutage weiß ich dass die wirkung konzentrierter dem essen beigemischter scherkappe in etwa den gefühlszuständen gleicht denn geübter psioniker mit seinen feinen hervorrufen mag mit dem einzigen unterschied dass der pilz staub gute sieben bis acht stunden braucht bis der effekt eintritt in diesem fall jedoch kam mir die lange entfaltungszeit zugunste wie ihr euch sicherlich denken könnt mein plan sah vor dass die beiden grobiane morgen voller arroganz und übermut auf ihre teuren resser stiegen und inmitten des gelopps von ihren benebelten pferden vom sattel geschmissen würden die pferde würden aller wahrscheinlichkeit nach davon rennen und die beiden hühnen ordentlichen prellungen oder zu jedem zeitpunkt schockierte mich die genugtuung ja die lust mit der ich an dieser eventualität dachte einen übeln knochenbruch davon tragen ein lächeln formte sich um meine lippen als ich das fläschchen entkorkt und mich dem gehege der beiden entschlafenden pferde näherte ich musste nicht lange nach dem schnittern absuchen bei dem inhalt schien es sich um eine pampe aus heu zerstampften äpfeln und ranzigen wasser zu handeln aller wahrscheinlichkeit nicht gerade die speise welche die prächtigen tiere gewohnt waren aber dennoch schmackhaft genug um ihren appetit zu wecken ich ging vor dem eimer in die hocke der am ende des ganges zwischen den beiden gehegen stand kippte zwei kleine häufchen des staubes in meine hand und mischte sie unter das futter dann trug ich den kübel zum gehege widelte ein wenig vor den nasen der tier umher und murmelte dazu etwas was ich als angemessene geräusche erachtete um einen schlachtrost gemächlich aus seinem schlummer zu wecken ich musste nicht lange warten träger öffnete das erste fährt seine augen und bedachte mich mit einem undefinierbaren blick dann als ob in die geistige einordnung meiner wenigkeit zu viel arbeit zu jener späten stunde war schüttelte es müde den kopf ließ die lippen flattern und tunkte sein kopf in den krug es funktioniert vernamen noch mal es funktioniert die vorfreude dass ich bereits beim betreten des stalles gespürt hatte vermischte sich jetzt mit einem glühenden gefühl des triumphes und ich fühlte mich lebendiger als ich je zuvor getan hatte seltsam nicht wahr da war ich ein junger priester von knapp 30 wintern und spielte zwei grobe jahren die mir eine abreibung verpasst hatten einen streich aber anstatt mich lausbübisch oder keck zu fühlen fühlte ich mich wie eine inkarnation der gerechtigkeit eine rache engel der gerade durch seine tat ein wesentliches verbesserung der menschheit beigetragen hatte so fügten sich die umstände und der erste schmetterling flog wie die erste verschleierte frau sagen würde ich war viel zu eingenommen von meiner genugtuung als dass ich meine umgebung auch nur wahr nahm so kam es auch dass ich die schweren stiefel schritte hinter mir erst hörte als es schon zu spät war ich spürte einen schweren prank auf meiner schulter und als ich erschrocken meinen kopf wendete begann ich meinen ersten fehler hatte der vorbeiter mich ab der dunkelheit noch nicht genau identifizieren können so erkannte er nun mein ihm zugewandtes gesicht umso besser scheinbar benötigte er keine sekunde um zu begreifen was ich da tat mieses dreckschwein fauchte er mir entgegen halb feststellung und halb frage sein nach alkohol stinkender atem war das letzte was ich hörte bevor er mir seine rechte faust ohne eine antwort abzuwarten ins gesicht schmetterte ich hörte ein wärstendes knacken und spürte wie ein flammender schmerz an mein gesicht emporschoss die wucht des siebes warf mich zurück so dass ich inmitten des spärlich auf dem boden verteilten häus landete mein kopf dröhnte als während die säulen des sonnentempels auf ihn zerborsten elender uhrensohn hörte ich den freibeuter inmitten des lauten summen schreien du hast mich wohl noch nicht gehört noch nicht genug gehabt ich ätzte vor schmerzen versuchte mich meinen händen nach vorne zu robben augenblicklich spürte ich einen explodierenden schmerz in meiner rechten seite als mit der hühne eines harten lederstiefels in die seite schmetterte hä was ist dein problem du mieses stück scheiße schrie er in voller rage was ist dein verdammtes problem ein weiterer stiefeltritt diesmal auf höhe meiner rippen ich hörte wie sie geräusche verknackten und für einen moment lang konnte ich nicht geatmen nahe genug nicht zu verstehen dass die fragen des freibeuters weniger fragen als ausdrücke seines zorns waren hob mich mit unter qualen meine rechte handel versuchte so etwas wie eine erklärung für mein hier sein zu stammeln das ergebnis war ein stiefeltritt auf meinen kopf da mein gesicht auf den harten steinboden schmetterte er spürte wie mir heißes blut von stieren wange und nase herunterlief und mir wurde schmerz in die augen mit letzter kraft kümmte ich mich zusammen wie ein kind im bauch seiner mutter um so die wucht der schläge besser zu ertragen nahe elender jammerte ich in gedanken du verdammter nahe er wird dich umbringen verfluchte meyer wird dich umbringen immer wieder verschossen mir diese gedanken gebets mühlenartig durch den kopf während ich den nächsten stiefeltritt des freibeuters erwartete doch er kam nicht verwirrt versuchte ich zwischen dem blut in meinen augen etwas in der dunkelheit zu können der hühner hatte sich von mir abgewandt und kniete nun vor sein pferd das er bevor er sorgt streichelte die antwort der ihm auf flüst beruhigende art und weise zuflüsterte standen im krassen kontakt zu den animalischen schreien die er während der schläge ausgestoßen hatte er nimmt mich überhaupt nicht wahr schoss es mir unter all meinen kopfschmerzen plötzlich durch den kopf er registriert mich nicht mehr als bedrohung was dann geschah und vor allem was ich dabei empfand wird schwer zu sein in worte zu fassen ich erinnerte mich daran dass sich plötzlich die ledrige scheide meines eisendorches an meinen bauch spürte ich hatte es für klug gehalten den solch verborgen zu halten und ihn auch nur deshalb nicht in mein zimmer in der taverne gelassen weil ich schlicht und einfach vergessen hatte dass ich ihn bei mir trug dann geschah alles schneller als ich denken konnte instinktiv animalisch wer schon einmal eine von zahlreichen brügeleien gestellte faust auf die nase geschmettert bekommen hat der weiß wie schmerzhaft es sich anfühlt aber dennoch verschwand plötzlich mein sämtliches schmerz erfinden und ich spürte wie sich das flaue gefühl in meinem magen das sich zu beginn meiner gescheiterten racheaktion in eine art vorfreude und entschlossenheit verwandelt hatte um zu form begann ja wenn ein gefühl etwas wie eine gestalt hat dann wandelte es sie nachdem ich jene letzten gedanken gedacht hatte ich spürte wie ein unermesslicher zorn in mir aufstieg degenerierter bastard schoss es mir durch den kopf erst demütigst du mich ohne grund vor allen anderen und jetzt wagst du es mich um eine rache zu ringen der zorn in meinem magen begann zu glühen zu lohnen ja zu brennen und ich fühlte wie er sich in mir ausbreitete und mir an meinen ganzen körper binnen sekunden der blanke schweiß ausbrach ich zitterte dafür würde er zahlen dieser untermensch dieses wertlose stück dreck das einzige lanai mit seinen aufgedunzenen oberarm und seiner statur wegen meinte für ihn gelten keine gesetze ja manche menschen haben sich in ihren platz auf dieser welt nicht verdient leise und vor wut beben zog ich meinen dolch aus der scheide mein arm sah von den tritten seltsam verbogen aus aber ich ignorierte den schmerz ja er existierte nicht mehr es gab nur noch mich und den feind dann war ich auch schon bei ihm mit einer wucht die ich meinen schmächtigen arm nicht zugetraut hatte rammte ich dem primitiv link den deutsch in den rücken überrascht und fassungslos keuchte der gorilla und drehte sich um diesmal war von häme und spott in seinem blick nichts zu sehen nein stattdessen sah sich fassungslosigkeit als sei dies die das was im begriff war zu geschehen etwas das sich außerhalb des möglichen befand denn weg dann wich sie blanke animalischer wut mit beiden händen packte er mich am hals und hob mich empor so dass ich von ihnen herab baumelte wie ein todgeweihter vom hänkerstrick der dolch steckte unbekömmert in seinen rücken als wäre er dort seit dem tage seiner geburt ich spürte wie er versuchte mir die luft abzuschnüren aber in dem moment in dem ich seine augen sah wusste ich dass die lebenszeit des mannes gezählt war in mir brannte es mit zerstörerischer akarscher gewalt und eine mischung aus zorn siegesicherheit und euphorie durchfluchtete meine adern mein geist jenen winkel meines körpers alles verzehrend und tödlich mit voller wucht rammte ich mein stieg meine stiefel klappe zwischen seine beine augenblicklich dies der mann seine einen entsetzten schrei aus löste in griffe mein hals und sank in sich zusammen ich zögerte keine sekunde blitzschlepp hatte ich den dolch der in seinen rücken deckte und zog ihn mit einem kraftvollen ruck hervor nur um ihn den mann erneut an einer anderen stelle wieder in den rücken zu rammen diesmal stieß ich auf widerstand worauf ich die stichrichtung des dolches in die körper des hühnen änderte und ihm eine ruckartige drehbewegung verpasste der mann schrief auf und diesmal hatte der schrei nichts menschliches mehr an sich kraftlos und desorientiert versuchte er sich mittels seines körpergewichts rückwärts auf mich zu werfen aber das war vergebens du wachst es dich an deiner strafe zu entziehen gar ihr fattet die stimme in meinem kopf nach all dem was du mir angetan hast wachst du es nur dich zu widersetzen die klinge meines dolches schoss sie erneut hinab und traf den mann diesmal oberschenkel wieder taumelte er benommen hin und her und keuchte etwas unverständliches diesmal setzte er zu keinem gegenangriff an sondern sank erschöpft auf die knie und begann zu wimmern er will dass ich aufhöre schoss es mir durch den kopf und ein wahnsinniges triumphales grinsen zeug sich in meinen kopf dieses miststück erwartet erwartet allen ernstes gnade ich gewähre sie ihm nicht stattdessen stürzte ich mich auf ihn und warf ihn zu boden ich kniete nun über ihn und für einen kurzen skurrieren moment musste ich daran denken dass ein fremder der just in diesem moment unsere silhouetten sah uns für ein paar beim liebesspiel halten musste ein lachen in dich meiner kehle und dann ein weiteres lauteres wie er da vor mir lag der große erbarmungslose hühne mit den stählern in rost dass ich zu keinem deut um ihn zu kümmern schien sah mich mit furchterfüllten delirösen augen an wie ein junge er begriff auf und sein vater eine ordentliche fracht prügel zu empfangen bitte bitte nicht fresserte er und das blut quoll ihm aus dem mund hervor was dann geschah wird schweren vor ort zu lassen sein zuerst überkam ich eine welle dämonischer freude die von meinem körper besitz ergriff und mich in manisches gelächter ausbrechen ließ ich legte meinen kopf in den nacken und lachte laut und schallend um eine rausches gleiche ekstase durchflutete jeden knochen jede venen jeden winkel meines körper am schwarzen wächter was fühlte ich mich lebendig mir war als hätte ich zeit meines lebens mit einem schleier vor den augen gelebt den ich mir nun von den augen gerissen hatte ja als hätte ich all die jahre lang ein schatten auf der wand für das was ihn warf gehalten wie ein priester der ein opferlamm schlachtet packte ich den griff des deutsches mit beiden händen hob ihn über meinen kopf und ließ ihn erneut in die brust des degenerierten hinabsausen und just in dem moment als das schneidende geräusch ins fleisch ein dringendes stahler klang geschah etwas das mein leben ein für allemal verändert sollte für einen kurzen blauen blick wurde ich zu dem mann den ich tötete ja ich wurde zu ihm und blieb gleichzeitig ich selbst so paradox das für euch klingen wird zuerst erschien schlagartig eine woge mir unbekannter erinnerungen in meinen gedanken ich sah den hünen das blut eines mannes mit skaragischen gesichtszügen auf seinen händen ich sah ihn in einem dunklen raum ein schwarzes stück stoff in seiner hand weinend ich sah ihn zusammen mit seinen kompanen er war sein großer bruder in einer großen steinerne halle teil eines zirkels aus menschen die sich allesamt in den händen hielten jedes dieser bilder schien mit der wucht eines hammerschlages und mit jedem neuen bild das mir erschien wurde das kribbeln in meinem körper intensiver die flammende wonne in meinem körper stärker und die manie die mein tatenlängte verzehrender größer und kontrollierender nähre mich schrie der dunkle teil meiner schlucht seiner selbst in jedem bild das mir erschien lauter und stärker nähre mich mit seinen flammen mit zittrigen händen und mit heißem schweiß auf meinem ganzen körper riss ich den deutsch aus den nun toten körper das hühnen unter mir nur um ihn mit dreifacher wucht erneut in seinen brust zu rammen wieder brachen genau jenen moment in denen der deutsch in traf sinnflutartig eine woge neuer bilder in meinen kopf sich im rhythmus eines adrenalin berauschten herzschlag es mir offenbarend und mir mit jedem neuen bild eine steigerung meiner ekstase schenkend ich gab ein laut von mir der ein seufzer der vorne hätte sein sollen aber als manisches demonartiges krächzen meinen mund verließ beim rechten weg was für ein nie dagewesenes gefühl des rausches ich erlebte ich lebe ich schrien meine gedanken während ich die klinge wieder zum stich an ob ich lebe und ich richte erneut raste die klinge hinab und drange das leblose fleisch unter mir ein erinnerung ekstase sein roter lebenssaft in meinem gesicht heiß und klebrig aber es kümmerte mich nicht nein nichts kümmerte mich noch denn ich würde ihn richten töten bestrafen für seine sünden stich für stich erinnerung erinnerung bis nichts davon übrig war nichts als kalte leblose asche selbst jetzt knapp ein jahr nach meiner ersten tötung spüre ich in meiner handflächen feucht werden und sich mein atem beschleunigt wenn ich jene erinnerung herbeirufe die tinte wird dunkler die feder bricht ab aber dennoch werdet ihr meine gefühle als verdammter nicht mehr als nur rational nachempfinden können die gründe dafür sind mannigfaltig zum einen stößt mich stößt euch mit einer hohen wahrscheinlichkeit ab was ich beschreibe dies tut es zu recht schildere ich doch eine barbarische tat auf eine beinahe zelebrierende weise dennoch ist dies der einzige weg euch meine gedanken verständlich hat zumindest ansatzweise verständlich zu machen der zweite grund jedoch und dieser beseitigt den ersten bedingt den ersten ist der der am schwersten liegt es gibt dinge die man nur dann wahrhaft verstehen kann wenn man sie selbst einmal erlebt hat zu ihren zählen sex der rausch der schmerzen in einem tödlichen kampf und nicht zuletzt das ende des lebens selbst der tod wie vorzüglich können wir doch über und vor allem über letzteren sinnieren und erklärungsmodelle für seine natur schaffen ob diese nun aus dem kiffat den gesängen der mönche aus aracial oder aus der ratio eines philosophen entspringen macht dabei keinen unterschied aber letzten endes werden wir ihn erst wahr verstehen wenn er uns ereilt die ekstase die mein körper für jenen kurzen moment in griff wie der blaue tod den verstand eines wilden magiers war alles der oben genannten dinge und doch keines davon es war das feuer es füllte mich aus es brannte in jedem winkel meines körpers jedes meiner gliedmaßen fühlte sich siehend heiß an und mein herz hämmerte wie vom wahnsinn ergriffen an die innenseite meiner brust heran was ich tat erschien mir auf morbide art und weise wundervoll erhebend er sogar erregend auf irgendeine perverse art und weise sexuell keine sekunde lang dachte ich während des aktes des tötens daran etwas falsches zu tun nein es gab kein richtig und falsch in meiner jenen moment es gab nur mich und dieses treibende diese treibende macht in mir jenseits von göttern dämonen und den gesetzen dieser welt zu stammen schien ich war der richter mein wille mein schwert und der mann der verurteilte hier mehr gab es nicht jede meine bewegung war instinktiv akarisch pur was ich tat war nichts weiter als die konsequenz jener sich ineinander verschachtelten umstände und genau wie ein wolf der ein lamm reißt tat sich einzig und allein das was ja jeder geber sohn in diesem moment tun musste zumindest bis das feuer erlosch wie spät mochte es gewesen sein der harnschrei stand noch bevor aber dennoch zwitscherten vereinzelt ein paar vögel in dem dichten wald am rande der weizenfelder eines der rösser schlief entgegen alle gesetze des klangs nach wie vor das andere schabte lediglich ungeduldig mit den hufen auf dem heuboden ich hatte mich seit den letzten stich kein zentimeter bewegt der mann der mich einige stunden zuvor verspottet hatte lag unerkenntlich zugerichtet unter mir das dunkle blut auf meinen händen hatte betrug ganz trockenen unbewegt und starr wie eine wachspuppe kniete ich über mein werk irgendwann hatte ich etwas empfunden was sich am besten als zenith bezeichnen lässt wie bereits beschrieben hatte ich mich mit jedem stich brennender raus sich gleicher ekstasischer gefühlt die flammen mir gewachsen gewachsen und gewachsen dann fühlte ich mich als schossen von meinem magen hinauf bis in meine augen eine gigantische infernalische flammensäule mir hervor lodernd heiß und alles versenkt danach war langsam mein verstand wieder zurückgekehrt immer weniger dachte ich mit der diffusen stimme meiner gedanken mehr und mehr war ich wie der jahil gerbers sohn gebürtiger nebelheimer wegeloser pater und mörder mir wurde klar was ich getan hatte aber wie ein krieger nach einer nervenzehrende schlacht war ich geistig und körperlich zu matt um auch nur einen klaren gedanken zu fassen also ließ ich den durchfallen legte den kopf in den nacken schloss die augen und lauscht der stelle zehn minuten vergingen fünfzehn eine halbe stunde erst als schritte in richtung des stalles zu vernehmen waren erwachte ich aus meiner starre war aber unfähig entsprechend zu handeln ein guter junge wischten schmutz von teller schoss es mir oberplitzig durch den kopf langsam wandte ich meinen blick es war der kumpane des freibeuters ein kurzen moment lang begann das feuer in mir wieder zu glimmen und ich lächelte den fassungslos auf das blutbad starrenden mann am eingang beinahe gutmütig an lang verstand wand es aber zu müde zu entkräftigt gesättigt die pranke des kumpan wanderte zum griff seines schwertes langsam und lethargisch und plötzlich brach er mit einem erstickten toten säufen zusammen ich belinzelte zu apathisch um das geschehen der vollends zu begreifen eine dunkle schatten gehüllte gestalt stand wie eine unbewegt wie eine statu hinter dem sich zusammengefallenen körper am eingang dann setzte sich in bewegung kam auf mich zu der silberne lichtstrahl eines von der sonne fast gesiegten mondes erhellte das gesicht der figur es war der schön ding einige schritte vor mir kam er zum halt und stemmte seine hände in die hüften er wirkte auf mich wie ein hafenarbeiter der die ladung musterte die es nun in stundenlanger schwieriger arbeit vom schiff zum kai zu befördern galt dann lächelte er wieder gewinnt spöttisch und scharf sind nicht zugleich du hast es also tatsächlich geschafft sprach er in einem angenehmen bariton fasziniert was der schönling lachte auf na was wohl ihr hielt inne und schien für einen kurzen augenblick geradewegs durch mich hindurch zu schauen dann trafen meine seine augen wieder die meinen und mir fiel eine seltsame veränderung in ihren einlauf die ich zu jenem zeitpunkt nicht zu verstehen wusste das feuer und mit diesem extrem langen buch mache ich einen cut wir sind in der nächsten folge bis dahin und tschüss